Ja, ich bin Karl-Fried Bergner, bin Auszubildender zum Industriekaufmann und bin im ersten Lehrjahr. Ich bin momentan im Innovationsbereich, also im Innovationsmanagement. Speziell geht es um agiles Arbeiten bei uns und vor allen Dingen Mindfulness, also achtsam sein in dem, was man tut. Was mir daran sehr gefällt, ist, dass wir sehr vielseitig arbeiten. Wir arbeiten mit moderner Technik und können somit auch kreativ werden. DREGA hat viele Benefits, das ist sehr groß gefasst. Einerseits unser LUNA-Programm, da wir in der Freizeit dann einfach viele Möglichkeiten haben, jede Sportart, die man auch von zu Hause mitbringt, weiterführen kann. Aber auch, dass es ein großes Unternehmen ist, dass es weltweit tätig ist und man so die Möglichkeit hat, viel zu sehen. Ich heiße Frauke, ich mache die Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik, bin jetzt im ersten Lehrjahr. Ich nehme die Ware bei mir im Bahneingang an, dann kontrolliere ich sie, lager sie ein. Es ist immer wieder was Neues dabei, immer wieder neue Aufgaben und natürlich Gabelstapler fahren macht mir extrem Spaß. Meine Ausbilderin und ich verstehen uns mega gut, sie hat mir am Anfang geholfen, hier eine Wohnung zu finden, weil ich bin hier alleine hergezogen und da hat sie dann so ein besonderes Auge dafür und hat mir geholfen dabei. Ich finde das Gute hier in Lübeck ist auf jeden Fall, ich komme von hier überall hin. Ich finde die Innenstadt extrem schön, man kann hier schön spazieren gehen am Wasser und das macht mir einfach auch viel Spaß, so draußen zu sein und hier ist es echt schön. 's ich finde es nicht so toll auf jeden Fall, ich bin hier rein. Bronx-Soft